Ein paar Dinge sind noch wie früher. Christa, wie in alten Zeiten. Nachbarinnen wie Christa, die kennt Bernd Sigert schon lange. Seit 1971. Da hat Bernd Sigert noch im alten Hornow gelebt, 15 km nördlich. Kriegerdenkmal, das ist das alte aus Hornow. Diese Museumscheine hatten wir auch im alten Dorf schon. Und die Dorfau ist wie im alten Dorf. Sein altes Dorf Hornow gibt es nicht mehr. Abgebaggert. Als Entschädigung bekamen die Hornower dieses komplett neue Dorf. Vorher war hier Acker. Jetzt sind hier Wohnhäuser. Ein Teich mit 2 Stegen. Eine neue Kirche. Das Dorf ist jetzt 20 Jahre alt. Da hat man sich dran gewöhnt. Das ist Bernd Sigert vor 26 Jahren. Als Bürgermeister des alten Hornow sieht er, wie im Brandenburger Landtag zwei Drittel dafür stimmen, sein Dorf abzubaggern. Denn unter Hornow liegt Braunkohle. Für die müssen 320 Menschen ihr Dorf verlassen. 20 Jahre wohnen die meisten von ihnen jetzt schon im neuen Hornow. Bernd Sigert hat gekämpft. Für die neuen Häuser. Für dieselben Hausnummern. Wann haben Sie das erste Mal gedacht, ja, ist ja doch gar nicht so verkehrt hier. Das habe ich noch nie gedacht. Ich habe immer gedacht, das, was wir aus der Situation gemacht haben, das war für uns das möglichst zu Erreichende. Aber das ist nie ein Ersatz für das, was wir verloren haben. Doch man soll nicht jammern. Das hat er auch den anderen gesagt. Aber das ist gar nicht so leicht. Dagmar Wellenbrink hat in ihrem Garten noch viele Pflanzen aus dem alten Hornow. Das ist die Magnolie. Das ist der Flieder. Das ist lila Flieder. Heute kann sie sich an den Pflanzen erfreuen. Doch das war nicht immer so. Dagmar Wellenbrink ist Pfarrerin. Der Garten hier ist auch immer Erinnerung an ihren alten Pfarrgarten in Hornow. Es ist 20 Jahre lang ambivalent gewesen. Ich war ja dabei, als die Kirche gesprengt wurde. Ich habe mit jeder einzelnen Familie gesprochen über ihre Gräber, ob sie die mitnehmen wollen. Das war auch eine ganz schwierige Aufgabe. Diese Jahre haben Kraft gekostet. Ich muss sagen, dass ich jetzt erst so nach 20 Jahren langsam auch Freude auch an dem Garten habe. Anton hatte schon immer Freude an Hornow. Er ist neun und lebt hier mit seiner Familie. Ich kam erst, wo ein Neu-Hornow schon da war. Hornow ist ein Zuzugsort, beliebt wegen der guten Anbindung. Und zur Schule braucht Anton nur fünf Minuten. Was machst du am liebsten hier? Was kann man hier besonders gut machen? Verstecke auch spielen. Und die Fische beobachten im Teich drin und sie füttern auch schön. So hier unten schwimmen sie meistens lang. Die Fische, sein Fußballverein. Anton lebt gerne hier. Was Hornow heute zusammenhält? Eine Gaststätte, der Spielmannszug, die Feuerwehr. Hier sind alle willkommen, auch die, die neu herziehen. Für viele ist es schon so, ein ganz normaler Ort. Weil es ist nicht jedem bekannt, der ganze Hintergrund von unserem Ort. Deswegen steht hier auch noch der alte Feuerwehr-Barkas im neuen Spritzenhaus. Für Thomas Nowak Erinnerung an seinen Heimatort. Meine Heimat ist Hornow. Wird es auch immer bleiben. Obwohl es nicht mehr da ist. Das neue Hornow ist für ihn aber ein Zuhause geworden. Immerhin. Und wiederum uppgrau und kurz und es ist das